Hallo, wir sind Fraktus und zunächst einmal freuen wir uns darüber, dass dir unser Lied Freunde sind Friends so gut gefällt. Und weil dir das Lied so gut gefällt, bist du jetzt aufgenommen in unseren Circle of Friends. Ab jetzt bist du für immer unser ganz privater Freund. Aber diese Freundschaft ist auch mit ein paar Pflichten gekoppelt. Und deine erste Pflicht ist es, das Stück Freunde sind Friends an zehn unterschiedlichen Tagen zehn unterschiedlichen Freunden weiter zu empfehlen. Fange jetzt damit an. Das ist keine Bitte, das ist ein Befehl. Denk an deine Ehre. Dachst du das nämlich nicht, werden seltsame Dinge passieren. Hilfe, mein Drucker leckt. Hilfe, meine Wohnung brennt. Ha, und jetzt brennt schon die ganze Stadt. Vorsicht, eines Tages werden mehrere Bekannte von dir krank. Keine Angst, das waren ja nur Beispiele. Aber ich glaube, du hast verstanden. Schreibe deinen Freunden, dass ihr nur Freunde bleibt, wenn sie das Lied auch an zehn Freunde weiterempfehlen. Denn Freunde sind etwas Wunderbares. Wunderbares. Freunde sind Friends und Friends sind Freunde. Freunde sind Friends, du musst sie liken.